Ja, vielen Dank nochmal an den Koal-Faul-Intakt, Projekt Raunstein und Anfis Lager und Anfis Lager im Diskurs. Wir haben uns stehen, jetzt kommen wir zum letzten Gruß für unseres heutigen Abends. Es hat sich seit einigen Jahren als kleine Transition entwickelt, dass der Vorsitzende des Ballertationsrates die Schlussworte hier beim Ausschuss gedenkt hat, spricht. Und dass es in diesem Jahr zum Erdkreis schönes Schönen kann.